Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vor zwei Tagen! Ich teile Ihre Frustration. Uns wurde gesagt, Sie wären der Beste. Menschen zu finden ist mein Beruf. Er ist ein ehemaliger Söldner, ein gekaufter Killer. Wollen Sie wirklich, dass so ein Mann für Sie arbeitet? Ich würde den Teufel persönlich engagieren, wenn er mir meine Tochter zurückbringen würde. Aufstehen! Ich will den Verantwortlichen. Ich will nur den Jungen. Finden Sie die Kleine so schnell wie möglich. Andernfalls komme ich zurück und schneide Ihnen die Augen raus. Das ist nicht Afghanistan. Du bist vielleicht an Kollateralschäden gewöhnt, aber ich nicht. Becky? Daddy! Überlass die Polizeiarbeit der Polizei! Ich bin hier, um sie zu bestrafen. Was weißt du über den Mann? Nein! Fass! Verzeiht Gott auch unsere schlimmsten Verbrechen? Gott vielleicht. Ich nicht.